So, das Problem ist, ich hab den Katalissator immer noch nicht gemacht. Ich werd den wahrscheinlich niemals machen, bin ehrlich mit euch. Ja, Jötun Main und so. Jötun Main! Ich will nichts hören, ja, meine Freunde? Ihr sagtet, ich soll den Toaster unbedingt wieder auspacken. Und ihr wisst es, euer Wille, mein Befehl. Heute geht's um den Toaster. Beziehungsweise um die Jötun, Jötun, Jötun. Sprecht's aus, wie ihr wollt, ich spreche's aus, wie ich will. Und wenn ich sage, es geht um den Toaster, dann geht's wirklich um den Toaster. Ich hab nahezu alle anderen Kills aus diesem Video rausgeschnitten, dass es zu 95% nur um diesen Toaster geht. Drei Jötun Kills, danach zwei Handkern Kills, Handkern Kills weggestrichen. Drei Handkern Kills, danach die Jötun Kills, Handkern Kills sind auch draußen. Das einzige, wo sie mit drin sind, ist, wenn ich im Flow auf den anderen rüberziele oder aber gerade reinrede und es ist komisch, auch sich die rauszuschneiden. Und bevor ihr fragt, ich habe das ungefähr drei Stunden aufgenommen, hab durch das Aufnehmen erst meinen Katalissator fertig gemacht. Ich hatte das komplette Video über keinen Cut aktiv, weil ich die Jötun eigentlich nie auspacke. Von daher, wenn ihr noch irgendeine andere Waffe sehen wollt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr wisst, ich teste sehr gerne sehr viele Sachen. Gut, es macht Explosionen und wenn ich im Single bin, was... Oh mein Gott, das war ein bester Escape meines Lebens. Free Fire, ich bin der Beste. Einfach zu gut für das Game, einfach zu gut. Wehe, ihr hatet wieder, weil ich Jötun spiele. Ihr wolltet alle, dass ich Jötun spiele. Das sehe ich gar nicht ein. Da. Guck mal da. Da verdammt, der war schneller als ich. Ja, ich bleib bei meiner Aussage. Jötun ist mega einfach zu dodgen, wenn du sie siehst. Siehst du Jötun nicht auszuweichen, relativ schwierig, weil hat schon ein relativ gutes Tracking, ja. Aber siehst du Jötun, ganz einfach auszuweichen. Free Fire. Ey Matze, lenkt ihn ab. Genau so. Du hast meine Jötun absolut fliegen sehen. Na renn, aber du kommst nicht weg von der Jötun. Hallo. Hey. Schönes, er brennt jetzt. Jötun, die Swanshow, die Swanshow, die Swanshow. Nein, es wird deine, ja man, Jötun Bauer. Ich habe immer getroffen. Der ist schon, der Wanshow. Oh, sieh mir nicht, sieh mir nicht, sieh mir nicht. Iiiihihi, was war das jetzt? Das bleibt da. Hallo. No. Jiiihihi. No. Ja. No. Er drückt einfach da rüber. Oh Gott. Ah, stuck ist dax. Ah, stuck ist dax. Ah, stuck ist dax. Ja, hier ist jetzt richtig, das komplette Bier steht aus. Jötun Kills, oh Gott. Schieß. Yeah. Ja. Ich bin da. Ich wollte dich, Cor. Nimm ich halt den da. Alter. Hallo? Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass das ein Spot ist. Komm. Ja. Kannst du den bitte töten jetzt? Was? Ich mach meine Joachun. War es mir wert. Ich lass mir ein Team vor. Oh. Hier stehen geblieben. Bro. Den holen wir uns noch. Den auch. 77. 77. 77. 77. Ich trage mal diese Fahrzeugen. Die kamen. Guck mal. Nicht gegen ihn, wenn ich mich nichtachsen rejoin habe. Geh weg mit dem Ding. Sorry. Ich habe uns mit der Sensor gegenseitig gefeilt. Oh dann hat er was du meinen die funktionieren ziemlich gut ja doch meine meine funktioniert ziemlich gut das nicht danke alter der bogen ja Aaaaaaah! Ich weiß nicht wie der erste Kankil war. Pass mich. Nein! Zweiten habe ich nicht. Vorbei. Low. Oh, nice Team! Ey, der brennt wenigstens. Ey, ich habe den Kapp fertig geschafft! Jungs!